Wir warten erstmal bis 70 Leute sterben und dann gehen wir aus unseren Weckern raus. Oha, was war das denn? Nice, einfach rein, einfach rein. Hier sind Gegner, aufpassen. Die waren unterste Etage, war einer. Wir haben schon 10.000, Bruder. Lass einfach abhauen, oder? Ich hab ne Kackwaffe, sag ich dir ehrlich. Da komm ich nicht ganz zurecht. Einen hab ich. Nice. Erwischt! Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Was wollte er uns da antun mit seiner 32 Schrotflinte, Alter? 32 Schuss Schrot. Zuh. Geh gleich davon. Boah, die ist zu krass. Einfach 32. Der arme Russe Breh. Bis jetzt, sagt der. Viel gleich davon. Shieldback einer. Boah, der hat mich fast bekommen. Der hat diese 3er Waffen, diese 3 Schuss Waffen. Schlag, einer ist down davon. Nice. Komm schon, Breh, ich muss hier hoch. Wir können pushen. Das Auto ist ein bisschen angefixt. Aber leider kein... Wehe den anderen nicht. 1,3 Meter, zwei Stück. Einer ist auch durch. Stark, Bruder. Sauber. Das war ein Hardcore-Camper, Digga. Ich fahre. Stabil, Breh. Sauber gemacht, auf jeden Fall. Feinde landen im Einsatzgebiet. Obstein. Stark. Eimutschill. Vor uns. Hier vorne. Nehme neue Position ein. GG, Bro. Nice. Oha, nice. So ist alles weg. Nice das Ding, Bruder. Sauber. Danke, gerne. Noch mehr Schüsse. Du weißt, wie das ist. Noch mehr Schüsse. Hier geht noch mehr up down. Wo denn? Wo denn? Ich glaube, hier bei mir irgendwo. Ich sehe die aber noch nicht. Ich werfe Deutschgranate. Du hast Herzschlag... Nein, mit seiner scheiß Waffe, Alter. Ich könnte kotzen. Diese Aug, die ist so krass, wirklich. Schon hat man verkackt, echt. Schon hat man verkackt. Brodix, du schaffst das. Sorry, du schaffst das. Stark. Nice. Kannst du mich auch direkt wiederholen. Mit dem Auto einfach zum Shop. Fahrzeug markiert. Nice. Zum Auto eben, Bruder. Und dann mich wiederholen. Du hast genug Para. Nice, Dinger. Stabil. Korrekt. Willst du das hier noch eben anmachen? Kopfgeldauftrag identifiziert. Können wir da uns wieder treffen? Kann ich da wieder meine Sachen holen? Ich übernehme das. Ja, komm. Wir versuchen es. Der hat sich als helft das Para geschnappt, der Typ. Scheiße, die haben mich im Meer. Du bist noch nicht tot. Feindliche Drohne über uns. Feindlicher Klasterschlag im Anflug. In Deckung. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheit. Die Geier, echt. Pass auf, ruhigst du nicht am Fenster so nach. Hier sind die hinter uns. Da hinten. Wo hast du ihn erwischt? Hier vorne. Dann ist hier noch einer. Da war der alleine. Hier ist noch einer. Hier müssen noch welche sein. Hier war eben einer. Nehme neue Position ein. Oder war der das? Das kann der gewesen sein, ne? Ja, aber es kann trotzdem noch jemand hier irgendwo hängen. Boah, das war wilder Headshot. Das hast du sehr gut gemacht, Digga. Ohne Scheiß. Aber der war halt im Auto am Stehen. Da war nichts Besonderes. Hier, 17 Meter. Zwei Stück. Zwei Stück, Bre. Aufpassen. Wollen wir, komm mal. Ich hab noch Panzerplatten. Okay, ist... Äh... Platziere Ladungen. Ich geh... Lass ich von hier rüber gehen. Lass hier hoch. Einer K.O. auf dem Dach. Einer ist am Campen hier an der Ecke. Oh, ich bin wild. Wo genau? Da drinnen, oder was? Der war da, jetzt ist der unten, glaube ich. Erzschlag. Hat er nicht. Ja, doch. Oh, mein Gott. Da geht's. Oh. Oben. Nice, abstaunen. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Der hat mit jemandem gekämpft. Ja, der hat hier alle Töro-Tot gemacht, hab ich gehört. Boah, guck mal, was hier alles ist, Bruder. Du kannst direkt kommen. Boah. Auf der Kopfkälte, äh, Dings kommt. Einfach kranker, Donner. Stab. Ich glaub, der hat gehalten. Sehr stark, hier vorne ist einer, weil ich Finisher-Move geben können, alter, schade. Guck mal, wie viel Kohle wieder, Bruder. Ich geh euch eben zum Shop gehen, Drohne holen. Oder mach was, du meinst. Brauche Aufklärung in meiner Position. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszaune gefunden. Drohne erreicht Einsatz. Stark, stark, Bruder. Sauber. Du bleibst da raus. Hier vorne im Zaun ist einer. Das ist der Typ von eben. Sauber, das wird. Ja, das ist ziemlich schlecht. Da vorne ist auch einer, den seh ich auch. Sheeprake, ja. Komm schon, einmal noch. Komm schon. Achtung, Drohnen Treibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Das Gas kommt. Ich bin gut in der Zaun, Bruder. Du bist sehr gut. GG, du machst das schon. Oh, Mann. Oh, nein, 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 nein. Was sind die letzten, Digga? Kannst du dich nicht selbst heilen? Ne, ich hab keinen Self-Reck. Nice, nice, nice. GG, Digga. Chillig, Bruder. Stabilste Teammate-Ding, wild. Digga, sauber, echt. Korrekte Runde, wirklich. Nice, danke. Der auf dem Dach hat noch Geld. Moin. Am Ende hab ich so ne dumme Sache gemacht, ohne Scheiß. Ich wär eigentlich gar nicht staunen. Trotzdem stark gemacht, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Du hast sie gut im Blick. Boah, wir hatten, also, ich glaub, fast 20 Bombs. Das war die 20 Bombs, glaub ich, wenn du 5 hattest. GG, stark. Danke für die Support, Leute. Echt, die hab ich noch gut geholt. Er hat er schnell rüber. Und dann wollte er nachladen, der gierige. Und dann nochmal rüber. Nice. Chillig. Wie viele Kills haben wir? Bin ich gespannt. GG, echt richtig nice Runde. 7500 Kamppp, nice. Chillig. Boah, saubere Runde. Boah, chillig. 18 Kills, gerade. Schon wieder der 18er. Sei ehrlich, der ist schon wild. Nice, das Ding, oder? Plus Win. Ist doch wild. Wollen wir noch eine machen? Nein. Noch eine rein, sagst du? Ja, musst du machen, glaub ich. Sehr stark. Danke für den Support, Leute. Die wird auch geklippt.